Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu den Minecraft Minispielen. Wir zocken ein bisschen One-Ended Chamber auf funwill.eu. Ja, das ist schon die IP, aber trotzdem nochmal in der Beschreibung zu lesen unter dem Hashtag Serverdaten und Spieldaten. So, los geht's in 15 Sekunden. Ich bin so scheiße Jump-Run, ich weiß. Oh, doch nicht. Doch nicht. Oh nein, ah, da bin ich zu weit gesprungen. Ah, egal. Es geht los. Und ich hoffe mal, dass wir viel Glück haben werden. So. Ne. Ne, du kriegst mich, du kriegst mich, ja. Scheiße. Scheiße. Äh, so. Da hinten sind ein paar. Jo. Hab ihn. Nein, ich bin erschossen worden von hinten. Was für ein Baby, Alter. Schieß mich von hinten. Oh, das ist einer. Nein. Ne. No, was staubt der ab, Alter. Hä? Was ist das für ein Abstaubspiel hier? Oh, beide down, ey. Scheiß. Ne, natürlich mal nicht. Der muss erstmal in meine Richtung kommen. So. Das ist er down. So, wollen wir mal gucken. So ist der nächste rumtreibst, sind schon auf Platz vier. So. Da hinten sind... Oh, okay. Ne. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. What? Ne. Oh, nice one. Vielleicht sollte ich... Ja. Ich muss mal gucken, hier. Das sieht ihr jetzt gerade nicht. Ähm, ich muss gerade kurz meinen... Die Auflösung meines... Das ist ja nicht so. Einmachen, so. Und sieht mal, wie stark das uns ja nicht gerade... Gebraucht wird. Oh, oh, oh. Ne, ne, ne. Yo. Yo, der ist erschossen worden. Von irgendwo. Ich weiß nicht von wo. Ah, guck, einer. Nein. Nein, nicht. Du schützt mich nicht. Olli, du. Schlawiner. Ja. Geil. Wir sind heute in den letzten vier. Olli, war Platz 2. Basta noch. Ne, wir sind dauernd, wir sind dauernd, wir sind dauernd, wir sind dauernd. Ne, ich töte ihn. Nice one. Ich hab ein halbes Herz gehabt. Ich töte ihn jetzt erstmal. Durch ihn mit einer Abkürzung, dann krieg ich vielleicht... Hol ich ihn vielleicht noch ein. Hier... Oh, jetzt bin ich zurückgepackt. So eine Scheiße. Ne, mein Internet hat es gerade auf 100% oder so. Komm, ich muss dich töten, ich muss dich töten. Komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Er will's nicht. Sonst fliegt er raus. Nee, ich krieg dich trotzdem. Ja, da ist er gebackt. So eine Scheiße. Ich krieg ihn nicht. Da ist er. Zack. Und zack. Ja. Da ist er. Zack. Und zack. Ja. Ich hab' jetzt erstmal gewonnen. Ich hab' 20 Münzen erhalten. Und... Ich hab' einfach gewonnen. Ich hab' auch gewonnen. Ich bin einfach so geil. Ich hab' auch so gewonnen. Jo. Erstrund ist rum. Jetzt gibt's jetzt erstmal die nächste. Also, bis gleich! Ich hab' auch gewonnen. Ja, zur zweiten Runde. Und... Ja. In 26 Sekunden geht's los und wir spielen in der Zeit noch ein bisschen Red Run. Na gucken... Ja, nee. Nee, das geht nicht. Ich hab' zutage. So, nochmal die Leiter. Nein! Ach, scheiße. Schreiber den Fluss. Das gewünscht, was man immer, ne? Jo. Krass, krass. Krass, krass. Ne, 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 nein. Scheiße! Na, verdammt. Warte mal, da ist einer. Nein! Ich muss ihn töten, ich muss ihn töten. Oh, weg hier. Nein, ich hatte doch noch einen Pfeil. Komm. Ja. Endlich. Erster Kill. Oh. Was geht's? Hinten. Nein! Nein, ich bin zu behindert. Wieso steh' ich denn direkt vor dem, damit er mich abschießen kann? Nein. Nein, scheiße. Ich hab' verfehlt. Gut, da hinten. Ja. Jo. So. Jetzt ziehen wir's schon mal ganz besser aus. Aber wir laufen auch über den Fluss. Sind wir zu uns? Sind welche die gekämpften? So. Ja. Ja. Und... Ja. Do, du auch noch. Jetzt bin ich... Ja. Oder schossen. Nee, mein Lieber. Du stirbst jetzt? Nein! Ah, verdammt. Ich hab' den Bogen nicht so stark gespannt. Da hinten ist er. Oh, komm. Ja. Nein, Mann. Hä, wieso töt' ich? Wieso treff' ich den nicht? Was ist da los, ey? Was ist da los? Rennen läuft einer. Jo. Gekillt. So, wir sind Zweiter. Haben ungefähr die Hälfte des Ersten. Jo, der ist down. Nice one. So, das ist nämlich der Letzte gewesen. Der, der auf dem letzten Platz war. Können wir den noch da hinten nochmal? Jo. Ich hole auf. Ich bin jetzt fast schon Platz 1. Hinten. Auf der... In der Stadt da. Äh. Das liegt... Da hinten ist einer. Ganz, ganz hinten. Auf der Brücke. Nee, hinter der Brücke. Ja. Ich bin einer Schlawiner, ey. Nein. Verdammt. Der hat zu stark gelegt. Man hat's gesehen. Der hat zu stark gelegt. Der kommt da. Nein, nein, nein. Ja. Wir... Äh... Ich weiß nicht, ich bin's nur halten. Wer ist jetzt Gewinner? Ach so. Ah. Wir wollen ja so. Oder? Nee. Dumped. 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 Egal. Platz 2 geht doch auch. Ist doch egal. Er hat den entscheidenden Kampf gewonnen. Mein Glückwunsch. Also mein... Dings. Falls ihr gerade jetzt dieses Video geguckt. Was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und ja. Ich hoffe, die zwei Runden haben wir euch gefallen. Platz 1 und Platz 2 geht doch. Ich guck grad mal. Äh. Ja. Gut. Platz 1 und Platz 2 geht doch. Und... Dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi.